so leute und willkommen zurück zu Let's Players in einem Platz 200 dort haben wir den Silbo die Hosen ausgezogen und in den Lava der willkommen und nun wird es zeigt dass Kamek uns auf die Nüsse geht Kamek's warm up oh yeah ja toll gemacht ah toll und warum muss er bei mir eigentlich immer und ich meine wirklich immer und wirklich immer krach geben wenn ich mal aufnehmen ist ich weiß ja nicht wieso aber es gibt irgendwie so einen fluch als immer es ist immer schön ruhig wenn ich mal nicht aufnehmen oder so aber sobald ich dann mal auf aufnahme drückt passiert genau krach und das hört man super in der aufnahme das schöne ist natürlich am krach ich höre nichts mehr vom spiel dass ich weiß nicht wann Kamek kommt das ist scheiße boah endlich krach weg ey das ist der fluch des Plains oh Gott in Gottes Namen Kamek hau ab na scheiße komm her ja wie unfair das einfach ist ja aber naja ja Alter willst du mich dumm fühlen ähm tschuldigung für das Wort aber es muss da sein so die Paprika schott lasse ich zwar am Leben direktes Ding boah ich bin jetzt schon angepisst hier oh Gott das darf nicht wirklich wahr sein ah Hilfe du stirbst mal danke so Wut draußen das sind ähm 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 ok komm her kleiner Puschel ich hab zu seinem Vater schon gekillt aber du bist jetzt auch dran hä 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 ich glaube dafür werde ich jetzt den ganzen paar benötigen ich wollte schon sagen wenn du mich berührst du kleiner oh das war ein ellenlanges level so hinten kommt wieder kamek ja und runter was machen tote möwen warum leben die ich meine hier gibt es doch nur noch einen kamek später gibt es mehrere ich glaube kamek ist nymphomanisch naja ist jedermann nicht das gibt die todstrafe so aktivieren und die augen denkt sich so dass ich schon mal gesehen ist langweilig okay da muss ich ja noch alles muss ich mal bemerken weil weil man ach du scheiße ist er noch hier ja okay schlüssel ich mache ich gehe mal rein da 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 okay ähm helikopter time okay okay ich glaube hier oben war erstmal hier hier ist eine blume nein ich wollte oh man ah ich komme wieder zurück gut aber ich muss sogar zurück weil da unten war noch eine tür und ich glaube das ist der richtige weg okay 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 ich bin little bit confused und daumen ist auch nix und hier ist auch nix okay 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 ich brauche noch eine schüssel gut zu wissen ich bin froh wenn ich das level auf 60 prozent schafft das einsammeln so jetzt nach unten steil flug was noch einsammeln sehr schön hier war irgendwo eine blume da aber ist da unten schnell die komisch sagt boom und rhein da 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 das kann ich nicht nur zurück super aber ein prozent wird dieser lever sicherlich nicht auch nein der lärme ich nenne den lärm oder so ein lärm macht münzen ducken schleim von der decke von dem todbewahren aufwästen ja du kannst aber auch schleim oder auch nicht nein nein mein schönes ein ich hab jetzt zu großen level meint fickt dich und ich sage nein das fand schon mal gut an hier das bringt gut dann so dass wir nutzlos und aktiviert hat auch mal aus just for us war ja hätten das ein blindschuss natürlich was im winch ok so zielen ich muss niesen oh gott am schießen nein ja ein kleiner james in den tod fallen nein münchen er ist geld wert ich bin traurig jetzt oh mein gott wie habe ich dann wie habe ich da über die jahre ist überlegt ich mein hotte fug und sagt mompen bespuckt mich rote münze die fliegt weg mit dir und kotzen leben ich bin zwar ein scheiß aber egal leben ist leben leben erleben lassen ja baby komm her und der lärm kehrt zurück ich muss gleich das fenster schließen jetzt warte ich mache das jetzt schnell so weiter geht's ich denke ich hoffe ich habe das raus geschnitten ansonsten egal war nur ein paar sekunden neueres wertvolles leben und 70 punkte immerhin immerhin etwas so das level für kakao gewesen und jetzt übergebe ich an joshi ah ja by the way wenn ihr mal einen coolen joshi hack kennt schreibt mir unten die kommentare bitte dann nicht kam er zu beworsten den hat schon gespielt also den werde ich noch spielen privat ich habe noch nicht angefangen aber egal badam 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 so letztes level also hausnahme des schlosses the endless tower oh oh ich sehe schon das für eine lange folge dürfte ich mal nach unten schauen danke ach du scheiße das wird ein fun das wird fernig das wird lustig ich meine der titel klingt schon so das level wird eh lediglich lang blumen ist und blumen sind toll und by the way beim finale das wird dann nächste part sein und die nächsten zwei partie nachdem ich brauche ich denke mal mit zwei part wird dann ein gäste bei sein den ihr noch nicht wirklich kennt aber ich kenne den gast schon länger und dann hat man ihr freut euch darauf und ansonsten ich werde ganz schön sauer das kann ich ja versprechen ich mag die person sehr nur die 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 nein hilfe gottes na nein nein ist er wieder da ja ich bin stacheln so hoch 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 schnell bevor du dich in die luft auflöst ja genau nach plan ich wollte mich fangen lassen ja das ist dann das ist der plan denn also nicht anschlüssel ok bespuckt mich da nicht goomba fressen lecker noms noms eier voll und irgendwie habe ich noch gar keine folge gebracht nicht nur eierwitze mache muss ich mal nachholen ach du was gibt's für eierwitze eismelone wie ich sie mag das gesagt ich nicht so don't touch me but at you do you do you do und hoch und ho und eier sind schön und so klar für was brauche ich die eismelone ist das upgrade da diese blöden piranha zum schweigen zu bringen oder das ist der richtige weg nicht mal denn dass der ball zeigt darauf das heißt es ist richtig ich habe gerade einen kurzen Sprite Filler gesehen schon wieder stirbt aha ne was ist der richtige Weg ich sehe ein kleines Schloss also muss ich ja nur 100% machen wie man spieler sagen will du bist ein Arsch ja toll und 100% kann ich verknicken dort mal noch eine lume eine sari ich bin im Stichengelassen ich bin ein Arsch sterb sterb oh mann nee soja gib mich euer gib euer so da oben klopft sind zipptaps die sind fröhlich die will ich ja nee ist klar natürlich so jetzt mal brücke aktivieren aktivieren aktiviert so ab war aktivieren wir sollen blumen die auf steinwerks warum auch immer muss ein sehr näherhafte wurde sein boden oder was zum ich schade jeden weg frei aber ich komme dennoch nicht weiter da ist was ha geil das wollte ich ja nicht aber okay aha die brücke und dadurch aber ich muss ja wieder sagt die wir nicht voll aus weil ich hier reingehe für ein mini gehen wollte mich ver- ist hier ich mach's warum nicht ich mein weihnacht entschuldigung muss was trinken watermallon Seed Spinning Contest yay so gib mir gib mir vorher melone dann mach ich alles kaputt ach so nur ados melone ja erwischt in der psink noch bald auf nur ich bin mal eine pralle belohnen haben ja los hilfe komm mal raus komm mal raus ja komm her komm her melone 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 na 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 komm raus, komm raus, hallo, komm wir spielen jetzt, ähm, Call of Duty, komm her, komm her, komm her, du Sau, und besiegt, yeah, wir bekommen Melonenpower, yeah, als ob wir uns die Melone noch irgendwas bringen würden, zum Level, egal, ähm, wollt ihr mich verarschen? Ohhhh, das ist doch wohl ein witz, auch egal, so, zack, dam, da, 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 so, tipptap, anderer tipptap, so, na, aktivieren, und den Schlafen legen, so, dann, so, rüber ein bisschen getroffen aber egal ich guck mich so geben und eine blume Lamps, schön. Gib mir Eier. Ich brauche Eier. Willst du mich verarschen? Warst du schon wieder hier? So, tschüss. Arrivederci, bitch. Ich meine natürlich. Natürlich. Ich weiß nicht. Ihr wisst schon. Ihr wisst, was ich meine. Das war ja nicht böse gemeint. So, das ist alles da oben. Spuckt nach Kakteen auf mich. So, ich würde so gerne eins ins Gesicht geben, aber ich kann nicht. Jetzt kann ich. Volle, nehm. Du darfst leben. Und da war Leben. So, Eier bitte. Als ob ich dich leben lassen würde. Stirb. Ich bin voll fies. Wisst ihr das? Jeder der Füße zu meinem Baby ist, wird getickelt. Niemand auf meinem Baby wehtun. Außer. Ähm. Niemand. Nicht mal ich. Nicht mal ich. Ähm. Weg mit dir. Bam. Ich habe getroffen. Geil. Bäh. Den auch noch. Geil. So. Ähm. Ja, toll. Ohne der Kiste durchgerannt, aber dennoch trefft sie mich. Naja. Ah. Swinies. Yay. Und hoch, und hoch, und da ist ein Felsen. Und ja, dieser Turm ist echt endlos. Kann das sein? Du, 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 weg, weg, weg. Schlepp dich weg. Du, 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 du. Oh. Endloser Turm auf Doom. Ja, eine Treppe, die einfach mal sinnlos wäre, weil man hier einfach mal runterlaufen könnte. Aber naja, ist der Entwickler wohl zu normal gewesen. Also, das ist scheißegal. Also, Brums. So. Lass mich raten. Sand Blume, Sand Blume. Jawoll. Sonnenblumen Power. Aktivieren. So, und hier oben ist ein Buschblut. Oh mein Gott, er ist der Wächter der Verdammnis. Oder sowas in der Art. Du, er ist der Wächter der Knuffigkeit. Oh, nicht wieder so ein Lava-Eimer. Ähm. Ja. Boah. Ich bin voll die Panik. So. Verdammt. Gut. Machen wir es auf die Eimel. Das ist eine Rote. Ähm. Eigentlich müsste jetzt Yoshi so längstens verbrannt sein, weil dieser Eimer einfach mal die Hitze leitet. Aber egal. Du, 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 du. Du, du. An sowas denkt Nintendo heute nicht bei ihrer Logik. Ne? So. Oh. Hier kommt hier nochmal alles vor. Okay. Dann kommen sich auch noch einige Verwanderungen vor, denke ich mal. Ähm. Ich gehe hier oben. Ach, scheiße. Ähm. Ja. Vielleicht müssen wir uns ins Level beenden, weil... Nein. Sterb. Yeah. Weil ich kriege keine 100% mehr da. Ich... Naja. Oh. Hilfe. Komm her. Na. Warte auf hier. Tü-tü. So. Dritter Stockdarmunterwäsche. Ach du. Ja. Ey. Wie kommen Sie als Pferde? So. Oh. Stirb und... Na. Du wirst gekillt. Sorry. Wer mein Baby entführt, wird einfach knallhart umgelegt. Wie man das macht in Texas. Wie komme ich auf Texas? Ich habe keinen Plan. Ähm. Du-du-du. Du-du-du-du. Ich möchte mal sagen. Das Level ist gar nicht lange. Du-du-du-du. Du-du-du-du. Boah. Ich hatte die blauen. Und wird die verschwunden. Ja. 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 Klar. Natürlich muss ich euch noch 5 Millionen Meilen nach hinten spicken. Klar. Boah. Drecksdino. Was ist denn da unten? Optional. Schneffett. Burschel. Burschel. Na. Boah. Nicht aufregen. Nicht aufregen. Da wird glaube ich nur so ein kurzes Let's Play. Weil ich rechne nur mit 20 Folgen in diesem Let's Play. Seien wir mal ehrlich. Das wird nicht mehr. Wir sind jetzt in der 17. Folge. Und wenn das länger dauert, dann ist ich ein Besen. Du-du-du. Du-du-du-du. Ja. Ja. Ist klar. Ja. Ist klar. Ja. Oh. Oh. Bandit. Stirb. Ich lebe dich weg. So. Ich muss... Uh. Kam dir überhaupt mal vor in diesem Spiel? Dieser Block? Ne. Oder? Na. Toll. Timing ist gefragt. Hab ich nicht. Oh. Oh. Wow. In der letzten Millisekunde. Hör es nicht, bitte. Hallo Stachy. Hallo anderer Stachy. Geh weg. Ah. Okay. Ja. Ich muss das und das. Ich hab kein Plan, was ich tun muss. Dö-dö. Ah. Okay. Ah. Ah. Sie wurde das da. So. Da 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 da. Da da da. Hilfe Stachy. Den bleibt umbringen sollen. Aber. Egal. Dö-dö. Hör es nicht, bitte. Ha. Spring in deinen Tod. Bam. Er ist nackt. So. Er fühlt sich nackt. So. Für die Stock. Ähm. Sport. Bekleidung. Oh. Wir sind beim Dach. Ah. Sari. Yay. Und. Spoo. Dein. Ah. Ja. Ich glaube diese Folge mit ein bisschen länger, weil ich will das Ungegessen Level auch abschließen. So. Lass mich gerade noch den ganzen Weg nach unten. Ja. Ne. Oh. 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 Wie weit springt denn der? Oder wie hoch kann der springen? Hilfe. Ah. Level Ende. Wow. Ich habe zwei Saris gerettet. Ach du Scheiße. Und da ist der goldene Yoshi. Nicht der grüne, wer dieses, wird den Endkampf beschreiten. Nein. Der goldenfarbene, der ein bisschen nach Karpia aussieht. Aber egal. Wir haben 30 Sterne, wir haben 14 München. Wow. Bin ich schlecht. Egal. So. Leute. Dann würde ich sagen. Im nächsten Part geht's los mit dem Finale. Und euch ist allez. Plus Two. Bis zum nächsten Mal. Euer Zorro. Cheerio. Euer Zorro.